jetzt brauche ich noch mal afghani ja gut das war jetzt natürlich erstmal herbe doof aber sollte das noch nicht sollte sollte ich noch mehr abschneiden müssen und das passt nicht dann kann ich hier noch mal butter herstellen das halte ich mir mal offen aber eigentlich eigentlich dürfte das klappen denke ich mir ja 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 wir waren die ganzen northern lights für noch mehr ja ja für noch mehr kiew ich verstehe schon wofür brauchte ich das für den shit ne ja hindukusch war das für den ok hindukusch ist für das wachs so läuft jetzt jetzt fehlt noch butter aber vorher noch mehr afghani noch mehr noch mehr butter noch mehr butter und dafür brauche ich noch mehr northern light afghani noch mehr mehr ich will gerade das wachs entsteht bei der butter muss ich noch ein bisschen was machen ich brauche sechs plus drei sind neun plus fünf sind 14 minus zwei sind zwölf ich muss also noch sechs mal butter produzieren um den ganzen scheiß hier loszuwerden northern lights und cam dog sind dabei auch nicht so verkehrt cam dog northern lights die sind wichtig für den auftrag hier jetzt brauche ich noch mal ne wobei ich möchte jetzt erstmal kein shit mehr verschwenden das heißt das hier unten ignoriere ich mal kurz muss jetzt also volle kanne in die butter produktion das heißt ich pflanze direkt noch nach afghani und noch nach afghani und cam dog ja geil während das hier während das hier vor sich hingeht vor sich hin macht gehe ich mal kurz pinkeln wach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja mit dem Shit komme ich auch gerade gar nicht so weit voran, weil mir hier noch Plätze fehlen Achso genau, das war eh die Story hier 306, ja gut In 18 Minuten werde ich hier nichts weiter erreichen, aber hey, die paar Diamanten, die ich gekriegt habe, war klasse Platz 82, okay, also die 20 Diamanten nimmt mir keiner mehr weg, es sei denn, wie gesagt, wirklich die, ah, die holen da nochmal richtig einen raus Dann schon Dann schon